Und jetzt bitte ich, das wird jetzt wahrscheinlich, es sind eine Menge Leute, bitte ich den Kölner Jugendchor St. Stephan auf die Bühne. Der Klavier wird drüber geschoben, denn jetzt kommt das Sänftöpfchen-Lied, interpretiert, dargeboten vom Kölner Jugendchor St. Stephan. Bitteschön, ja, komm, komm von da auf, ja. Man kann nur Kabarett machen, gutes Kabarett machen, wenn man eine langjährige Erfahrung hat. Wenn man da mal so ein bisschen denkt, Poeten verkaufen zu können oder sich über Politik schimpfend auszulassen, damit ist Kabarett nicht gemacht. Kabarett muss charmant dem Publikum serviert werden. Dann wird es vom Publikum auch, wie man so schön sagt, getroffen. Die ganze große Welt in einem kleinen Töpfchen zent, sie sahen eben selbst, wie gut das geht. Von London bis nach Washington, von Tokyo bis Kent, jetzt wissen sie, worum die Welt sich dreht. Auf unserer Bühne standen die Probleme im Dessous, und wo es besonders nötig war, da gaben wir als Blut. Der ganzen großen Welt aus unseren kleinen Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Die ganze Welt aus unseren kleinen Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Die ganze Welt aus unseren kleinen Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Die ganze Welt aus unseren kleinen Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Die ganze Welt aus unseren kleinen Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Der ganze Welt aus unseren Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut. Die ganze Welt aus unseren Töpfchen zent, ein Löffelchen von uns, das tut.